Oh mein Gott, man, mach doch mal. Ich hab auch nur noch zweieinhalb Minuten, wie soll ich das schaffen? Oh. Nein, ich war doch schon drauf. War denn das noch weit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, ich glaub, sollte jetzt Volt kommen, der Typ. Ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zur Zeit hasse ich das Spiel wieder. Wenn ich das Level geschafft hab und wieder meine volle Ausrüstung hab, dann lieb ich's vielleicht wieder. Oh. Fast. Fast, fast, fast. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Armbrust, oder? Ja, ich glaub mal schon. So. Wofür dieses blöde Schild hier ist? Weil es auch keine Sau. Weil wenn ich getroffen wäre, dann wäre ich getroffen. Dann hab ich auch nichts mehr davon. Ist richtig. Wieso komm ich da jetzt nicht mehr hoch? Oh mein Gott, schneller. Das war jetzt keine sexuelle Anspielung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso, wieso komm ich da jetzt nicht mehr hoch? So. Mensch, Mensch, Mensch. Falsche Taste auch noch. Ey. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schaffe es nie. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Wuhuuu! Wo ist die Erzie? Hopp, 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 hopp! 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 Hopp, 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 hopp! Oh, jetzt versuche ich den... Das kann doch mal nicht angehen! Ich will euch damit jetzt auch nicht langweilen, aber... Ich muss es ja schaffen! Ahhhh! Och, Mensch! Hätte ich mal den Typ doch gleich die ganze Zeit in der Fresse geboxt! Ey, ne? Mal gucken, komm ich auch so weiter... Der Typ war doch hier gleich, oder? Ja, hier ist er doch schon... Jetzt hätte ich zwei Minuten dafür... Nee, 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 nee... Das geht nicht... Nein, ich war drauf, ich war drauf, ich war doch drauf... Oh mein Gott, nein... Oh mein Gott, nein... Es kann ja mal jemand zählen, falls ich sie überhaupt schaffe... Wie oft ich jetzt hier an der Stelle laden musste... Oh mein Gott... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott... Und hab... So, so, so... Und hopp, und hopp... fast ich habe keinen Bock mehr darauf, Mensch ich will jetzt hier eine neue Waffe kriegen und dann ganz normal durchschlendern wie habe ich es denn vorhin hier so locker durch geschafft ich weiß es nicht oh mein Gott war ich denn der super oberen Megapro, achso ich weiß jetzt wieder wieso weil ich die hier alle weggebettelt habe weil ich ja auch Waffe hatte und da war ich ja noch nicht in Zeitdruck so mal sehen, mal sehen, mal sehen vielleicht versuche ich es jetzt doch noch ein bisschen mit der ruhigeren Variante was gibt es jetzt hier eigentlich drin nichts, da kommt noch so ein Teil raus schade aber auch so und nochmal ganz ruhig scheiße ich wollte jetzt mal diese Blitzattacke hier machen ey, ich spring nochmal, oh mein Gott falsche Taste no, 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 no bringt nichts oh mein Gott ahhhhhhhhh ich werde hier noch verrückt hhhhhhhhhh oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott die Geister hören auch nicht auf, die werden mehr mehr anstatt wenige dass ich hasse es. Mit denen ist nicht reden möglich. Oh mein Gott. Ich war da schon fast so weit. Ich weiß es nicht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich tun soll. Oh mein Gott. Oh, toll. Langweilig, langweilig. Ich hau ja allein jetzt schon mit dem Level mindestens drei Parts voll oder so, habe ich jetzt das Gefühl. Beziehungsweise allein mit der Stelle hier, dass ich nicht weiterkomme. Ich verreck' dir gleich daran. Oh mein Gott, das war nicht so schön. Soll ich weinen oder was? Ich versuche jetzt mal einfach so, ohne dieses hässliche Schild, was mir nichts bringt, durchzugehen. Kommt doch garantiert wieder von Kalter Spiegel-Fan irgendein Kommentar, was das Schild wirklich bringt. Das ist natürlich schön, dass du mich immer auf dem Laufenden hältst. Das sollte jetzt keine irgendwie Beleidigung sein oder so, ne? Also, ne? Nicht falsch verstehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ob ich's dieses Jahr noch schaffe? Oh mein Gott, ich hab Safestick gesetzt hier. Oha. Oh. Ja. Man muss einfach nur daran zweifeln, dass man's dieses Jahr noch schafft und schon geht's. Ich bin entgeistet. Jetzt hab ich zwei Minuten und neun Sekunden dafür. Was kam's, wenn mir immer dichtergesprochen wurde? Okay, von hier unten komm ich auch bis zu sein Gesicht an. Von da oben wahrscheinlich schon mit Einsprung. Ne, doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, die Hälfte ist geschafft wahrscheinlich. Nein, das ist jetzt nicht.